Ja, wir versuchen die Schmach der ersten Runde zu beseitigen, auch wenn Martin gesagt hat, vielleicht veröffentlichen wir es nicht, wir haben es schon richtig. Alles klar, wir starten eine neue Runde, diesmal hoffentlich einen Tick vernünftiger, nach dieser Niederlage gerade. Die Niederlage? Ja, unser Schmach unseres eigenen Fels, auf diesem hässlichen rosa Tisch werden wir unser Vergnügen bestreiten, nicht wieder im blauen Niko mit der roten Nase. Mit dem hässlichen rosa Tisch werden wir unser Vergnügen bestreiten, das ist ein sehr schöner Satz. Cool, ne? Ich habe mir extra Mühe gegeben mit diesem Satz. Man kann die Räume übrigens selbst einrichten, also es ist kein Zufall, dass es so scheiße aussieht. Aber ich habe eine Queen's 7-Suitant. Ach, das macht ihr mal unter euch, lag mich, das mache ich jetzt nicht. Wir haben gesagt, ich spiele vernünftig. Ja, genau, macht ihr das mal unter euch, genau, haut mal rein. Drei Leute natürlich, ja. Siebener Pärchen. Ach. Das und 10 natürlich, ja. Schön. Ja, der soll eigentlich gleich raus... Noch ein Ass, vielleicht nicht. Ja, im Full House mit drei Ass. Das ist auch nicht mal extrem okay. Wobei ich Splitpot... Zwei Full House, ja. Ja. Wobei ich mal zweifeläufig sagen müsste, das wäre eh zu ein All-In gegangen. So, wieder eine gute Hand, also bitte ich... Jetzt haben wir ja in einem Chip wieder, wie es scheint. Zwei, was heißt das? Gott, das ist krank. So weh, der geht wieder All-In, dann bin ich motzig. Das wäre gemein. Vor allem, weil ich das Spiel noch gelobt habe, dass man hier viele vernünftige Spieler findet. Ach, come on. Ich call das jetzt, scheiß drauf, ja. Ach, ich weiß. Call, Alter. Ja, nein, doch nicht, das ist nur ein Fehler, das ist doch Wurscht. Das ist doch zum Kotzen. Dann machen wir halt drei Runden, das ist doch egal. Ach Gott, noch wer, ich glaub's nicht. Oh ja. Mit ihm zwei Königse. Yes, schon mal ganz gut. Und wenn noch was Schönes... Naja... König, ich hab's gut gemacht. Moment. Blauessen. 1000, was? Der Typ schon wieder, ich glaub's nicht. Mein Typ schon wieder. Komm hier, der Typ. 2.050 für jeden, außer für dich. Dann komm's nicht. Ja. Zwei Runden. Zwei Runden. Ein gespielt an. Ich bin dagegen. Ich hab ein 8er Pärchen. Ja. Machen wir halt drei Runden. Machen wir halt drei Runden, das hilft nicht. Bei dem Intro, da sind wir dann vernünftig. Aber sowas von hier. Hier. Und so. Ach, jetzt schmeißt den mal weg, ne? Juhu, voll raus gefloppt. Ja, dann machst du nix mehr, ne? Dann machst du nix mehr, ne? Dann machst du nix mehr, ne? Dankeschön. Ja, legal ein, voll raus gefloppt. Und die nächste Runde werde ich gleich wieder all in gehen. Vielleicht gewinne ich das ja sogar. Das wäre ja unglaublich. Oh ja. Der Typ, der aber hingegangen ist, hat sich die Runde einfach geledert komplett. Wie es so aussieht. 3-8 suited. Machen wir es nochmal. Na komm, geh mit. Über 3-8? Ja gut, schon mal. Ja, ich will das. Ist doch eh wurscht. In diesem Fall ja. So, mal gucken. 3-8 gegen Queen5. Oh ja. Sehr schön. Das wird... Das wird ganz böse jetzt. Oh, kreuz, 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 kreuz. Nein! Wir haben verloren. Der Typ, der nur irgendwie fast damit echt gewonnen hat. Ich pack es nicht. Ich hab aber noch 10. Naja. Naja. Aber was... Ich will das nicht mehr gewinnen. Verstehst du? Bis ich mich mit 10 Chips wieder hochgearbeitet hab, ist doch hier alles vorbei. Hab ich verloren? Spaß. Dankeschön. Du bist ein Wahnsinn. Er hat nichts gemacht eigentlich. Er hat nichts gemacht eigentlich. Ja. Bei der dritten Runde werden wir ordentlich spielen. Halleluja. Du bist echt... Ich hasse ihn einfach für die Mütze und sie die Spielweise. Äh... Arschloch. Scheiß Bullis. Nee. Ja. Das war schön. Nein, ihr müsst weg. Er weg. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Krieg ich noch ein Level ab? Nein, gut. Das war zu wenig. Ja. Bis gleich.